Ah, da gehen aber bald die Seile aus, glaube ich. Da kannst du aber Stecker zu Seilen machen. Ja. Gibt es da so viele, wie haben wir hier, richtig, richtig Stocke-Explosionen? Du brauchst aber auch Stecker für die Dinger. Ja, aber... Ich meine, noch habe ich 14 Seile. Geh mit dem Stroh nicht so dicht ans Feuer, du tust dir weh. Warte, das ist jetzt hier leer. Das ist... Ich guck mal, ob ich noch was Sinnvolles finde. Was Sinnvolles? Ich guck mal. Soll ich jetzt noch ein bisschen, wenn ich jetzt noch ein bisschen mache, Welcher Baum ist denn der nächste jetzt? Überlebensfähigkeit gestiegen. Das ist gut, wir haben schon so einen Schwimmer oder sowas. Ja. Jetzt habe ich den Baumkacken abgebrochen, wahrscheinlich nicht so. Jetzt hat er das Baumkacken abgebrochen. Man müsste hier sich so einen Wegpunkt setzen lassen, oder siehst du, wo hast du was gemacht? Gerade im Dunkeln ist das, wäre das besser. So, wie lange hast du denn da jetzt noch Zeit, Dürki? Ja, da muss ich wieder pinkeln, was ist der falsche Charakter, der hat eine schwache Blase oder was? Offensichtlich. Ich habe doch nur einen Liter Wasser getrunken, was am Fluss. Langsam wieder etwas Hüngerchen. Jetzt esse ich mal ein bisschen Pastinake. Gerade mit dem Essen ist halt auch immer so eine Sache in dem Spiel, ne? Ja. Wenn da der Loot zu niedrig eingestellt ist, verhungerst du eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, du kannst wieder neue Blueprints setzen. Ich habe ja wieder ein paar fertiggestellt. Ich muss erstmal die Angelroute nach Hause bringen. Die Dächer ohne Stämme fertigzustellen? Anscheinend. Obwohl. Wenn du da keine reingehauen hast? Ne, ich bin bei Wänden gerade bei. Er hat Einsatz in vier Wände. Jetzt bin ich sozusagen beim letzten. Die Treppe braucht aber Stämme. Ja, gut. Das ist dann... Jetzt mache ich... Klar, die muss ja stabiler sein. Stabil. Voll stabil, Alter. Der kommt hier so energisch angelaufen. Jo. Mit seiner Rüstung, die ihn tarrt. Okay. Einen Stamm braucht die Treppe. Ja, leider habe ich den nicht mehr. Den einen Stamm, den ich habe, der kommt jetzt in die Wand. An der Wand kommt er ran. Eine Geisterplattform, eine Reisterplattform. Die Wand ist fertig. Was ist hier noch baumäßig? Hier ist noch ein Stamm. Ich habe ein Glück. Sicher? Ja. So, jetzt ruhig noch die Stöcke von da hinten. Was brauchen wir dafür? Oh nein, in die Ecke habe ich doch gepinkelt. Ah, siehst du? Jetzt hat das Seile aus. Ja, dann machst du ein paar hier aus dem wunderschön Stöckchen. So. Ei, Betten. Betten. Was brauchen wir denn da? Oh, wir brauchen dafür... Oh. Wir haben noch Lungen. Ich hole gerade. Ja, ich hole schon. Dann mache ich ein paar Seile, ja? Jo, machen wir Seile. Stecker haben wir ja genug. Ja. Warte mal, muss ich aber kurz mal hier. Wie viele Lumpen brauche ich pro Bett? Nochmal. Vier. Okay, wir machen ja nur drei Betten, ne? Genau. Ja. Dann kann ich ja vier wieder ablehnen. So. Dann... Stückchen. Stückchen. Oh, Doki muss leider alleine schlafen. Oh. So traurig. So traurig. Oh, nee. Handwerk. Stecker brauchen wir dafür aber auch. Ich brauche... Ich brauche einen Stein. Darf ich dir hier Stöckchen wegklauen? Wir brauchen auch Stöckchen für die Betten. Stöckchen. Sind ja nicht meine Stöckchen. Und nicht seine Stöckchen, aber er hat sie doch gemacht. Nein, das sind unsere Stöckchen. Also ist ja der Gott der Stöckchen. Hier liegen zwei große Steine, die nehme ich mal mit, wa? Ja. Weil wir noch wieder einen Dings bauen müssen. Ah, da brauchen wir gar keine kleinen Stöckchen. Da brauchen wir jetzt lange Stöckchen. Er hat jetzt echt aus dem großen Stock... äh, aus dem großen Steinen... Doch, was für Drotte. Ja, manchmal ist diese Charakter echt... Du müsst einstellen und fangen können, was du bevorzugt behandelst. Ach, kannst... Ach, kannst du ja auch. Äh, das ist shit. Ja, vergiss, ich hab nichts gesagt. Kannst du auswählen, was du machen möchtest. Kannst du ja, du siehst ja im Crafting-Menü, was du... Vielleicht ist nicht der Charakter der Trottel, ne? Doch, der auch. Der ist Hauptschuld. Bauen. So. Kleine Stöckchen. Warte mal. Nicht bauen. Das Seil. So, und dann kann ich auswählen. Kleiner, 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 kleiner. Nice. Nice. In der Küche liegt das mal nachher. Oh, cool. Der Pastor wollte sein Gebet ein bisschen durchsetzen. Er wollte ein bisschen schlagkräftige Argumente mit unterbringen. Ja, der hat... Ja, der hat... Und sexy, äh, shortpits. Okay. Warum nicht? Auch vom Pastor. Natürlich. Wer kann's ihm verübeln? Was ist ja ein bisschen mit. Dann bin ich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Grünau. Okay. So. Ich wünschte, die Hälfte der Bolzen, die man findet, wären Nägel. Okay. 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 Ich wollte mich schon wieder pinkeln. Mal ganz schnell aufs Dach und runter pinkeln. Los geht's. So. Eine Schachtel Bolzen. Nägel brauchen wir. Nägel. Major. Ihr seid in der Stadt. Ganz alleine. Uh. Loki allein zuhause. Du warst von? Einmal einzelnen Nägel. Frachtabwurf. Wo? Keine Ahnung. Z-3. Z-3 sagt er. Oh, Z-3. Da kommen wir im Leben. Und siehst du eigentlich, wo Frachtabwurf war? Ach, da hinten. Ich sehe das Symbol. Da geht's. War das mit dem anderen Frachtabwurf? Bist der jetzt weg, der andere? Oder wird der auch noch markiert? Ne, der ist dispawned. Ach so. Den ist also jetzt keiner holen gegangen? Ne. Wann denn? Ja, weiß ich nicht. Wann denn? Das ist locker eine halbe Stunde und länger unterwegs. Gut. Na gut, dass wir uns jetzt auf unser Haus rauchen können. Das finde ich toll. Ich esse erstmal Ketchup. Jetzt können wir mal gucken, ob man Kisten hier... ... mit Steinhaltung... Ne, du kannst die Kisten nicht aufnehmen. Schade. Naja, dann müssen wir halt neue bauen. Ist ja jetzt Gott sei Dank kein Hexenwerk. Schöner da, Pratsen. Morgen. Wiedersehen. Wow! Oh! Jetzt! Sei doch nicht schneller mit dem Zuschlagen als ich! Kack, Zombie! Stirb, Zombie! Auf dich rum zu backen! Ich mach dich besser Bauch! Genau so geht das. So macht man das in meiner Hood. Aha. Ich bin in meiner Hood. Bin grad mal ein bisschen dabei, ein klein bisschen hier Sachen in die Kisten einzusortieren. Die draußen rumliegen und vielleicht nicht die spawnen sollen. Aber nur ein bisschen. Hier könnte man zum Beispiel das reintun. Der Grill, der steht ja auf dem... Genau, der steht da drauf. Das ist ja Quatsch. Quatsch! 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 Ja! 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 Das ist wie jeder Dünger, der ist riesig. Ja! Den wirst du nicht in der Kiste kriegen, glaube ich. Da müsste man halt das Feld für fertig kriegen. Ich suche ja schon nach Nägeln. Ja. Aber ich finde immer nur Bolzen. Wir haben noch eine Schachtel Nägel, ne? Echt? Mit sechs Stück zumindest. Ja, das wird aber für euch nicht reichen, ne? Ja, die brauchen wir noch. Wir brauchen noch... Öh! 20 Nägel brauchen wir noch. Wenn wir die Nägel jetzt erstmal noch benutzen, um hier noch weitere Kisten zu machen. Wäre sinnvoller, oder? Reichen die sechs Nägel für eine Kiste aus? Ja. Zwei Nägel pro Kiste. Boah, dann würde ich sagen, mach. Mach mal drinnen ein paar Kisten mit, wenn wir ein paar so drin haben. So, also drei Kisten kriege ich noch unter dem Deal. Das letzte paar Nägel haue ich einfach in die... Hilfe! Hilfe! Ich kann gerade nicht angreifen, ich habe was in der Hand. Okay. Also vielleicht komme ich, kann ich eben auch davon rennen, so wie es scheint. Ja, Steffen ist auch ein Weg zu dir. Ja. Haben gerade schon gesehen. Aber ich bin jetzt eine helle Leuchte. Also wenn es leuchten würde. Da ist eine Lampe dabei. Ja, ich habe eine tragbare Arbeitslampe gefunden. Ich dachte mir, die wäre vielleicht ganz neues. Die hatte ich auch schon gesehen. Die habe ich nicht mitgenommen. Ja, ich habe sie jetzt extra mitgenommen. Ich habe den Boden geworfen und den Holzblader zu teuren. Ich habe übrigens auch wieder einen Wagenheber gefunden. Da ist unsere andere, die spawnt, oder haben wir den noch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Ich dachte mir, Schaden kann er ja nicht. Also hier auf dem Boden liegen Holzbretter, ne? Für die Kisten. Ja. Ich entleere mich gerade. Wir sollten dann auch so viel wie möglich einpacken. Wer weiß, ob der Server die Informationen hat. Das ist nicht irgendwann von alleine sonst despawned. Ja, oder das. So, ich stürme auf dem Boden und... Nein. Wo ist das? Hä? Das ist so unglaublich für das Seil für die Truhe. Ja, gut, die Seile können wir ja noch mal. Wie willst du denn das sonst rechtfertigen, dass du nur zwei Nägel brauchst? Hm. Du musst ja zusammgeseilt werden. Richtig. Da haben wir noch einen Steinlachst. Nämlich immer mit. Ein bisschen Holz holen. Ich bin sofort dabei. Wartet kurz. Der Holzhacker ist da. Der Holzhacker ist da. Der Holzhacker-Burm. Der Holzhacker ist derộin des Problems der Immers Только. Sollte Kann man Schlauch nicht auch als Seilersatz nehmen vielleicht? Ja. Wir haben doch hier genug, was wir, die Baumkrone ist noch genug da, die wir jetzt verteilen können. Verteilen? Verteilt euch. Verteilt euch. Verteilt euch. Wir haben so viele Schläuche, die brauchen wir alle sonst nicht. Na klar. Wenn du den Distille bauen willst, dann fehlt dir der Schlauch. Ach. Zähl nicht. Okay, naja, man kann Schlauch nicht als Seilersatz nehmen, schade. Bedauerlich. Aber dann leg ich die Schläuche halt jetzt in eine Kiste so. Da kenn ich ja nichts. Jetzt zertal gerade die ganzen Äste. Dann müsst ihr die nur noch in kleine Äste klein machen. so. So. Jetzt sind wir hier rein. Bretter brauchen wir keine mehr? Die riesig nicht. Ach. So. Jetzt hier mal ein bisschen. Mein Charakter hat Schüler Herzrasen. Ach. Tut mir leid, bin ich dir zu nahe. Tut mir leid. 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 Ich fange dann schon mal an, hier Seile herzustellen. Die kann sich schon irgendjemand mitnehmen. Dirk macht Stöcke klein, ich mache Seile draus und Steffen packt die Seile in die Küsten. Den kann der macht aber auch noch. Da liegen noch ein paar Bretter. Ja, da liegen ja noch. Da lagen noch ein paar Bretter. Ich muss mich mal kurz ins Bett packen. Mein Charakter geht gleich steil. Er geht gleich steil von der Erschöpfung. Jetzt kann ich aufstehen. Nicht zu lange schlafen. Oh, mein Messer ist kaputt. Messer haben wir aber im Zweifelsfall so. Nein, das ist kein echten Messer. Ich war alles, so ein Steinmesser kriegst du auch gebastelt. Okay, es fehlen noch sieben Seile. Das ist noch genug Bania, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oder? Ja. Neun Bretter brauchen wir noch. Ah, mir ist so hot. Ist das noch viel noch? Ja. Okay. Dann müssen wir noch einen Baum töten. Ich renne mal zu dem da hin und töte den mal. Dann muss er aber wirklich aufhören. So, hier ist dann voll. So, hier ist dann voll. Oh, nein, nein, nein. So, gerade vom Baum? Nein, vom Haus? Nein, das will ich noch niemals tun. Aha. Richtig schön einen runtergeköttelt. Niemals würde ich so etwas tun. Easy hat nicht mal abgewischt. Und gleichzeitig habe ich sogar noch gepinkelt. Ich bin multitaskingfähig. Gleichzeitig? Ja. Das geht. Ich musste auch noch pinkeln. Das sollte jetzt reichen. Das reicht, ja. Mit die tun müsste das? Ne, einer fehlt. Ja, deswegen sage ich doch neun. Auf jeder aus dem Baum kommt vier Holz raus. Ich komme gerade noch mal. Er kommt noch mal. Er kommt noch mal. Er kommt da. Einmal hingefäffert und draufgehauen. Wiederschauen, draufgehauen. Das Feuer ist aus. Er geht mit seiner Laterne. So. Tada. Kriegt man da jetzt unter anderem den Super. Aber wieso ist das eine Haus dann noch nicht fertig? Weil er einmal Nagel fehlt. Achso. Na gut. Ich leg mich trotzdem kurz hin. Zack. Der Dung passt rein. Dann sag ich mir, ich muss aufhören jetzt. Er muss aufhören. Er muss aufhören. Dann, wo ist Schatten? Ja. Man spielt Bönden. Ich räume noch hier ein paar wichtige Sachen erst mal schnell weg. Ah, gleich zwei neue Errungenschaften. Poppeten-Bescher. 100 Zombies getötet und zwei Tage überlebt. Und gar nicht. Ich hab gar nicht überlebt zwei Tage. Quatsch. Ansichtssache. Mach mal ein bisschen Licht, mach. Geil, Alter. Voll in your face production. Ich kann das nicht sehen. Ich kann das nächstes Mal sehen. Schade. Er kann das nicht sehen. Gut, ich mach mich vom Acker. Oh, hier hat jemand eine Kerze angezündelt für die Romantik. Oder damit die Kacke nicht so stinkt. Ich weiß es nicht. Was gut ist. Ist das hier ein Feuerzeug? Ja, Quatsch, Feuerzeug, Streichholz, meine ich. Na gut, bis jetzt. Ciao, ciao. Bis, Tanne. Tschüssi. Schreibt er auch an. Oh, das ist geil. Die Holzscheitel wegschäumen. Wenn man auch die Bretter in die Kisten kriegt, ja, aber. Dann würde ich eher einen richtigen... ...hier Holzverschlag bauen. Ja, aber den haben wir jetzt gerade ja nicht. Ist ja auch nur vorläufig. Seile kann ich dann auch mal ablegen. Dann habe ich, glaube ich, alles erstmal weggeräumt, was wichtig ist. Dann können wir also ausmachen. Das war's dann erstmal. Mal gucken, ob wir das nächste Mal weiterspielen. Mal sehen wir. Musik. MBlige, roupschiang. Musik. Musik. Sörst. Musik. Vielen Dank.